18.15 Uhr, der 19.02.2019. Den ganzen Tag haben wir Probleme gehabt. Ihr könnt die 45 Videos sehen, die ich hochgeladen habe bei YouTube. Tjo, die Servicetechniker sind weg, aber trotzdem. Das hört nicht auf. Tjo, unglaublich. Ich weiß nicht, wer dafür die Verantwortung hat. Anscheinend ist das alles scheißegal. Tjo.